Jo moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, die Formel E Saison 2022 geht los, live auf Pro7 dies Jahr und Rand.de, statt auf Sat.1 und Rand.de jetzt auf Pro7 und Rand.de Das Qualifying, los geht's. Heute um 14 Uhr das Qualifying in Diriyah in Saudi-Arabien. Von der Pole startet Pascal Wehrlein, herzlichen Glückwunsch. Dahinter Nick Cassidy, auf 3 und 4 André Lotterer und Daniel Tickton. So, das war's vom Qualifying von Diriyah, Saudi-Arabien, Formel E. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Trümchen nach oben da, vergesst keiner wo, dann nehme ich die Glocke, die nicht vergessen zu aktivieren, dann verpasst ihr keine Benachrichtigung und wir sehen uns, good ways, ciao! 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 Ciao!